Hallo Freunde der Bücherregale. Bei The Book, Stapelkunst im Bücherregal, ist ein 3D-Stapelspiel von Gilit Mituki und Ronny Mano. Das Solo-Denkspiel ist bei HCM Kinzel erschienen und für eine Person ab 8 Jahren. Bei dem Spiel müsst ihr Bücher und manchmal auch eine kleine Katze in ein Regal stellen. Dabei muss das oberste Regalbrett immer gerade aufliegen. 40 Herausforderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten warten darauf, von euch gelöst zu werden. Schauen wir uns das mal etwas genauer an. Die Box verfügt über ein Inlay mit Buchstaben, sodass ihr alles wieder an die richtige Stelle bekommt. Ihr habt zwei Regalbretter, zwölf Bücher in unterschiedlichen Größen und Farben, eine Katze, eine Wasserwaage und 40 Herausforderungskarten. Schnappt euch die erste Aufgabe und schaut welches Material ihr benötigt. Legt es bereit und versucht direkt das Regal zu bauen. Auf der Kartenrückseite findet ihr die Lösung und könnt euren Versuch überprüfen. Manchmal gibt es auch mehrere Lösungen. Die Aufgabenkarten geben euch vor, mit welchen Materialien ihr arbeiten müsst. Teilweise geben sie auch vor, ob manche Bücher stehen oder liegen müssen oder ob manche Bücher sich nicht berühren dürfen. Generell gilt immer, dass das zweite Regal oben liegen und mindestens zwei Bücher berühren muss. Dabei muss das Regalbrett stets gerade aufliegen. Das kontrolliert ihr mit der Wasserwaage. Ist die Katze dabei, muss sie auf mindestens ein Buch und zwischen zwei andere Bücher gestellt werden. Sie ist also immer mittendrin. Schafft ihr es, alle Regale perfekt zu bauen und die Katze unterzubringen? Das ist eine Art und Weise.